Das ist Marcel. Er ist 28 und Profi-Skifahrer. Er ist sehr erfolgreich in dem, was er macht. Was die meisten gerne wissen würden, ist das Geheimnis seines Erfolges. Ein wichtiger Baustein ist sein spezielles Training. Er trainiert zwar regelmäßig, die täglichen Trainingseinheiten sind aber nicht immer gleich lang und gleich intensiv, sondern sehr flexibel. Vor einem Wettkampf trainiert er anders als nach einem Rennen und die Trainingsinhalte sind von Tag zu Tag verschieden. Mal trainiert er Schnelligkeit, dann Kraft und dann Ausdauer. Und bei der nächsten Trainingseinheit trainiert er die verschiedenen Techniken für die verschiedenen Disziplinen. Ein absolut flexibles Trainingssystem. Diese Flexibilität kennt Marcel auch von seinem Fonds sparen. Zwar werden automatisch die Einzahlungen regelmäßig auf sein Wertpapierkonto überwiesen, so sollte es auch sein, aber er kann sie fast nach Belieben verändern. Wenn er mehr Geld zur Verfügung hat, kann er mehr einzahlen. Er kann in einem Monat aber auch einmal weniger oder sogar gar nichts einzahlen. Und einmal, vor mehreren Jahren, brauchte Marcel mehrere tausend Euro, um sich einen lang gehegten Wunsch zu erfüllen. Und sogar das war möglich, weil er einen Teilbetrag von seinem Wertpapierkonto abheben konnte. Und diese Flexibilität liebt und schätzt er so an seinem Training, genauso wie am Fonds sparen. Bis zum nächsten Mal.